Hound herzlich willkommen zu einem neuen Live-Kommentary von mir Ja, wir spielen Raid, Team Deathmatch Einfach mal so Vorhin habe ich noch eine Runde eingespielt, auf Express War nicht so geil die Runde Und ja Warum ich jetzt Live-Kommentary jetzt mache ist Oh mein Gott, er ist jetzt im heftigsten Headlicht, den es auf der ganzen Scheißwelt gibt Oh mein Gott, ich hab noch nie so einen Headluncher gesehen ohne Scheiß Ah, Digga, ich weiß es Jetzt weiß ich, dass hier rechts noch an der kommt Oh, ja Digga, Mann, der fack mich schon wieder ab, Alter Schau, in der Hand wird der Fuck, Alter, was ist da los mit dem? Digga, der spielt ja schon krass Das muss ja schon sein, das stimmt nicht schlecht Digga, das ist hier wieder irgendwo Kommt jetzt hier bestimmt gleich raus, Alter Ja, Digga, ja Ich war also zwei Leute angehüttert, das ist schon alles Die spawnen jetzt eh hier, Digga WTF Was los mit dem Typen Digga, WTF, Alter Das spielt schon heftig Kann ich auch verstehen, warum man gerade streamt oder das C4 war, glaube ich Ich glaube, ich habe noch nicht so gutes T4 geworfen wie das gerade Digga, WTF, Alter Das spielt ja einfach was krass Kann natürlich sein, dass er Sauen spielt und einfach nur krass spielt Man muss sich mal davon ausgehen, dass er da taggt Hätte ich den Typen als kassiert, dann hätte ich alles verkauft, im Übrigen Und diese verehmten im ganzen Leben Das habe ich natürlich gewusst, wie soll das auch anders sein Ne, Digga, das ist ja wieder mit der FHL Ja, come on Digga, was hat der für einen Triggerfinger? Spielt er TSGO oder was? Ne, Mann, Alter Ich spiel jetzt einfach mal Scorpio, ob mich nicht Ne, Mann Ne, da sagt jetzt einfach mal nichts Und warum ich dieses Live-Commentary Das ist Live-Commentary Dieses Live-Commentary Okay Jetzt mache es, weil ich gerade eben auf meinen Hochleiterplan geguckt habe Und mir ist aufgefallen, dass ich für die Woche noch ein Live-Commentary raushauen muss Und deswegen kommt eins heute Es war jetzt schon ein bisschen später, aber trotzdem kommt eins Und ich kassier mal wieder so wie in jedem Live-Commentary Wieder mal die heftigsten Dinger Der Team mit dem Spot Natürlich wieder nicht Was ist los mit dem Dungen? Oh Why are you crying? ich wusste, dass da kommt die hartdäger, ja oh, die heftigste Strix ist natürlich wieder mal dabei oh mein Gott, kann er verkaufen gehen hätte ich dem jetzt auch noch gegeben, dann wäre Ende gewesen aber der spielt schon krass um nur zu sagen komm, Auto explodier, ja, der da, ja, Double Kill, oh mein Gott ich weiß, wer jetzt hier kommt, ich hab einen Wieserweg an Jungs oh, er kommt da links, Alter das killst du dazu gleich noch mal nichts nice dann würde ich sagen, was wird im Live-Kommentary und ich verabschiede mich haut da rein und bis zum nächsten Video, euer subsüro bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal